und halli hallo und herzlich willkommen zurück zu Wrench Simulator mit Misa und Peter, moin ja, wir sind am Machen und Tun wir kriegen es irgendwie noch geschissen irgendwann achja, man kann ja auch so drehen ja, dann muss da aber wieder Winde rennen ja, der will aber, dass wir das funktioniert so nicht der will nur, dass wir das so machen also so ein zweier Ding ok vielleicht sollten wir ach, wir machen da jetzt einfach Wände ran fertig aus ähm, ich kann nur hier keine Wände ran bauen warum? da ja da auch nur hier nicht äh keine ahnung was da falsch läuft weil wahrscheinlich irgendwas da am Weg ist wahrscheinlich schräg angebaut hab nein so und da vielleicht noch eine andere Option, die wir nehmen können Holztür vielleicht ne, auch nicht die Band die kann sich ne Band reinmachen und das ist auch nicht weiter ja, das ist jetzt natürlich schwierig das ist jetzt sehr, 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 sehr schwierig das ist verdammt schwierig, denn so kriegen wir damals nicht das Dach hin wo gucke ich denn so dichter drauf ich kann das nicht lesen so ne oder wir müssen gucken, dass wir hier warte mal, das Eckteil hin kriegen was ist denn das ähm ne, das war das Falsche man, guck da dort nicht so dicht drauf was soll denn das und wenn wir einfach ne das war jetzt verkehrt was hast du denn umbauen wenn es auf die eine Seite eine Weise nicht geht, müssen wir eine andere Weise nehmen nein, das war wieder das Falsche ja, dann muss das da oben aber weg warte mal, dann brauchen wir da jetzt das hier wir brauchen hier eine normale Wand wo kommst du da denn äh, ich mach schon ja ich denke, das könnte schwierig klar konnte mir das jetzt so daran sitzen, aber kannst du da noch eine Wand ran setzen noch nix ran bauen, bitte nein, 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 alles gut probiere gerade mein bestes dann mach ich mal eben die andere Seite so also das Ding kriegen wir zu aber das hier wird ich denke, das ist schwierig so sein, wir machen da irgendwie eine Wand vor hin man guckt da doch das kann ich schon mal die beiden ja, das kannst du ruhig das kriege ich dann nicht zu das ist eigentlich noch hier irgendwo vorher eine Wand mach einfach eine normale Wand versuch doch mal eine normale Wand ran ja, das kann ich mir aber nur machen, wenn hier unten das hier auch zu ist dass man hier eine Wand hinsetzt und dann da ne, warte mal eben bevor du eine Wand da hinsetzt ich will mal was ausprobieren und wenn wir das so machen kannst du denn da eine Wand ran setzen? ja oh man, guckst da so ja, das funktioniert so, und dann kommt da oben nur so ein vier Ecken, also so ein Dreieck naja gibt da alles eine Lösung und diese Lösung weiß wie das wäre sehr gewesen und da irgendwie eine Tür dran wäre und noch eine Leiter irgendwie hoch, ne so oben der Pausenraum wo niemand rumkommt schön, dass wir gerade noch mal haben mal wie habe ich denn äh wie kann man denn noch mal die Sichtweise ändern ach, warum du warst es ist ja schon wieder vier um morgens super das sieht voll hässlich aus weil es ihnen irgendwo übersteht und so wundervoll ich finde das schön ich würde das richtig schön naja äußer wo wir im Beinhoflohn finde ich nicht nein du hast du nicht gefällt heißt es noch lange nicht das ist nicht immer anders gefällt es soll sein zweck dienen ok ja ok dafür so ich finde das richtig schick richtig keine Holzhütte ok wollen wir da wohnen und nicht da nein du findest mich nicht hm ich sehe deinen Namen das ist dir schon klar, ne ich weiß ich wollte es dir nur noch mal sagen also man kommt jetzt da oben hin ja süß ist ja gut dann können wir dann nachher einen Tisch oder sowas entstehen Tische Stühle Hausenraum ich dachte mehr so mit ähm die Säcke für die Tiere da brauchst du ja nachher nicht mehr irgendwie nachher das Futtersystem haben so dann kann ich ja noch ein bisschen dauern dann bin ich mal stark dran so die letzten drei ja so wird es feiner dann war das Holz wieder weg ne hat ja nicht so lange gedauert naja ein Holzhaus und weg war's so und daneben kommt jetzt noch eine Garage von unser Auto nein wir haben doch Garage schon dann das gibt es ums dann prüdel aus so so ist er meine große stunde hinlegen ja dann lohnt sich auch nicht Also wirklich, du brauchst doch nur sagen, dass du mich umgepackt nehmen willst. So. Gut. Sehr schön. Wir müssen voll tanken. Das ist eine wieder böse. Vollspeed über das Feld. Achja. Jetzt bereue ich, dass wir nicht mehr von der Boss mitgenommen haben. Fert gepackt. Hm. Wie kann ich denn dafür in die Tankstelle so, wie die Scheiße steht? Kack dir auf den Motorhaube. Was? Ja. Genau. Aber die schmecken irgendwie nach, äh, hier Leberkäse, ne? Leberkäse? Wo ist die nach Leberkäse schmeckt? Hm. Hm. Warum auch nicht? Kann man ja auch mal haben. Das schmeckt, als ob man Leberkäse gemetzelt hat, in ne Wurstpelle reingepackt hat und dann eben halt als Wurst verkauft. Mhm. Wie? Moin, Karl! Karl, fahr doch nicht so. Kennst du diese Alpacas oder Lame, die da so mal sind? Karl! Karl! Warum nicht ein toter Mann? Ich hab keine Ahnung. Ich hatte Hunger auf Hände. Na mal. Ich sollte kein Rennen hinterher rennen, wenn ich... Hallo? Hallo? Ich hab keine Ahnung im Feld. No? Und so? Und so? Und so? Und so? Und so? Und so? Und mein Gott zu Opa Harry? Opa Harry? Weißt du, willst du mit beiden? Ja? Ja, ich kann nicht. Warum nicht? Weil ich meine... Bei Opa Harry sind keine Bären. Nein? Bei Opa Harry sind keine Bären, nein. Und gleich... Opa Harry sitzt mir immer draus auf dem Veranda und wartet darauf, dass irgendjemand vorbeikommt. Hey Opa Harry! Abriss! Ein Jogh! An ihm! Warte! Ich will auch mit aufreißen! Komm raus! Ja, ja! Wie ihr seht! Oh, ich drücke immer auf den falschen Knopf. Oh nein! Das kann irgendwo ja... Oh nein! Geht doch raus da! Ja! Oh, das ist aber nur einmal raufklicken. Du kannst machen, wenn du möchtest. Ja? Juhu! Äh, nein? Doch nicht. Bei mir hat er gerade eben angezeigt, dass... Nö. Meck mit dem Spiel manches Mal. Ja. Ui! Abriss! Sprich mit dem Ranger! Opa Harry! Oh, nicht schon wieder Mann! Ach nö! Jetzt schmeißt du mich auch komplett voraus aus dem Spiel oder was? Ich hab dich schon... Was? Oh, 400 Dollar gab es... Nein! Jetzt brauchen wir 64 Holzplanken! Äh... Opa Harry! Opa Harry! Opa Harry! Opa Harry! Opa Harry! Opa Harry, du hast gar keine Wohnung da drin! Wohnt sie hier draus auf der Veranda? Ähm... Anhängerlieferung? Opa Harry wohnt draus auf der Veranda! Ähm... Oh, haben sie jetzt hier den Strand hin gemacht? Ähm... Okay... Der war vorher auch noch nicht, oder? Nö... Ich glaub ich zumindest nicht... Anhängerlieferung und 64 Holzplanken... Hör mal zu! Dtdd . Aber wollten wir den nicht bären jagen? Wollten wir eigentlich. Aber opa Harry war gar nicht da. Wer ist immer da? Ich weiß Na, aber es passt gar nicht wieder so schön. und sich nicht so die 20 wenn man sie braucht also nicht mal rumrennen und gucken aber nicht ohne meine knarre so bist du die böse böse frau ist wieder da bislang sprinten wo bist du bist du die meser niemals eine waffe in die hand das kann tödlich enden ein papier folgen den schüssen aber ich glaube hier ist nichts männer da sowieso entweder nur wölfe oder nur beeinträchtigt nachher kommen wir zu den haben und alles da müssen wir noch bienen suchen bist du denn schon wieder einfach mal den brauchen bin ich hirschi wo bist du ich nenne dich hirschel hirschel wo rennst du hat sich eine vater morgana jetzt her habe ich das nur geträumt und ich sehe ich da ist die folge vorbei ähm 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 wir sehen uns in der nächsten Folge Tschaui tschüüüüüüüüüüüüüüs Vielen Dank.